Steakmesser, die mit dabei sind. Vor allem genial, also ein rundum-sorglos-Paket. Erstens, lassen wir mal auch wirken, wie toll der aussieht. Schauen Sie sich das an, das kommt zu Ihnen nach Hause. Ein rundum-sorglos-Paket, vor allem, der ist für jeden was dabei. Ja, wir haben hier zwei, vier, sechs Steakmesser. Und die brauche ich, die brauche ich zum Essen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich ein leckeres Steak habe oder Fleisch oder was auch immer habe. Und habe ein stumpfes Messer. Wir schauen sich das an, wie federleicht, ja. Das ist doch wunderbar, das können Sie auch wunderbar zum Filetieren nehmen. Aber da haben wir natürlich auch spezielle Messer sowieso. Ein kleineres haben wir noch dabei. Dann haben wir natürlich hier auch in der Küche, brauchen Sie das überhaupt, die Küchenschere. Ganz, ganz wichtig. Jetzt schauen Sie sich das an. Boah, guck dir das mal an. Das riesige Chefkochmesser. Ist das nicht genial? Jetzt fragen Sie sich, naja gut, haben Sie da Material eingespart? Was ist denn da los? Warum sind da so viele Löcher drin? Nein, was passiert? Am Gargut lagert sich sozusagen die Luft ab. Es entsteht ein Luftpolster. Und gerade Fisch, Käse, Fleisch, Wurst bleibt an der Klinge nicht haften. Unabhängig davon bleibt es ja eh nicht haften. Denn wir haben hier eine Keramikbeschichtung. Keramik heißt für mich wieder immer auch keine Giftstoffe. Keine Giftstoffe, ganz, ganz wichtig. Boah, Brotmesser. Ein richtig schönes Brotmesser. Vor allem mit einer schönen, feinen Zackenzarge. Dann geht es natürlich weiter. Das Kleine, das nehme ich zum Schälen. Und schauen Sie doch einfach mal, der Griff. Der ist auch klasse, ne? Ein wunderbarer Soft-Touch-Griff. Und gerade bei Messern muss man doch aufpassen. Genau, Sicherheit ist das A und O. Hier, schauen Sie sich das an. Ich rutsche nicht in die Klinge. Und vor allem hier, Noppen, ja? Dadurch kann ich auch mal mit nassen Händen arbeiten. Oder Ölig oder so, wenn ich was schaue. Schauen Sie sich das an. Achtung, Achtung, Trommelwirbel. Schauen Sie sich das an. Ist das nicht genial? Das ist doch mal ein richtiges High-Class-Messer. Ja, aus der chinesischen Küche. Herr Beyer, da kann ich dann auch so... Ja, zum Wiegen, ne? Da kann ich auch Knochen durchhacken. Oder ich nehme es sehr, sehr gerne natürlich auch für frisches Gemüse, für Kräuter. Alles das. Gleichzeitig ist das natürlich auch ein Spatel. Das heißt, hier kann ich wunderbar auch mal greifen. Und das macht doch richtig Freude. Hier nochmal ein richtiges, schönes Sägemesser. Haben wir natürlich auch nochmal mitgedacht. Gar nicht wunderbar, denken wir gleich dran. Gleich kommen die großen Braten und die Haxen. Und da kann man damit arbeiten. Man kann natürlich auch lange reden, so wie ich es gerade tue. Aber man kann auch mal zeigen, wie wunderbar das natürlich hier durchgleitet. Und das ist natürlich hier der Vorteil. Schauen Sie sich das an. Und das ist halt der Vorteil. Bei diesen Messern wird geschnitten und nicht gequetscht. Ja, das ist halt das Tolle. Schauen Sie sich hier an. Einfach nur abwischen. Ja, zack. Und schon ist es wieder für den nächsten Einsatz. Kann sein, da bleibt auch nichts kleben. Auch von Farbe bleibt nicht rote Beete geschnitten. Das bleibt nicht rot. Keine Geschmacksübertragung. Und was ich nochmal zeigen will, hier. Perfekt hat auch zum Filetieren geeignet. Schauen Sie sich mal an. Diese Flexibilität, dieser hochwertig gearbeiteten Keramikklinge. Ja, die sind fein, die sind dünn, die kleinen, aber stark. Jetzt schauen Sie sich das an. Was das für ein... Das sind Wahnsinn, ja? Also alleine schon der Messerblock. Alleine schon dieser trendige, stylische, edle, weiße Messerblock. Hier, schauen Sie sich das an, wie toll dieser gearbeitet wird. Das ist ja wirklich ein Hingucker. Ein Brotmesser da dabei. Brotmesser mit Serviergabel. Gerade gezeigt, ein ganz normales Küchenmesser. Also alles, das ist ja bei die Steakmesser. Die finde ich so wichtig und so genial. Und vor allem hier, schauen Sie sich das auch an. Perfekt flexibel. So müssen nämlich Steakmesser sein, ja? Und das finde ich halt genial. Ich bin ja sowieso Grillprofi, Grillmeister. Das macht ja richtig Freude, mit solchem Werkzeug zu arbeiten. Und vor allem Sicherheit ist ja auch das A und O. Das muss man ja dazu sagen, ja? Und so macht es auch richtig Freude. Dieses Messer gleitet hier perfekt durch mein Gemüse. Und schauen Sie sich das an. Alles perfekt geschnitten. So sollte es sein. Hier wird geschnitten. Hier wird nicht gequetscht. Und das ist halt auch der Vorteil. Das ist wichtig, glaube ich. Wenn ich quetsche, dann mache ich immer das wie... Ganz, ganz wichtig. Ja, erstens... Mit der Gemüle. Genau, das ist ja sowieso. Wir wollen ja die Vitamine im Gargut haben. Und das ist ja der Vorteil. Wie gesagt, es ist ja auch ein sicheres Arbeiten. Und letzten Endes schneide ich mich ja auch nur mit stumpfen Messern. Das passiert hier nicht. Schauen Sie sich das an. Und dann einfach hier, wenn hier noch ein bisschen, ne, so ein Saft da ist, zack, einmal drüberwischen. Also ich brauche schon mal gar nicht abspülen. Und Hygiene ist in der Küche das A und O. Ganz, ganz, ganz wichtig. Gerade wenn Sie zum Beispiel vorher mal Hähnchen geschnitten haben, ja? Einfach nur abwischen und nachher können Sie Fleisch oder andere Sachen, Brot, ohne weiteres schneiden. Und das liegt perfekt in der Hand hier. Schauen Sie sich mal dann, dieser hochwertig ergonomisch geformte Griff. Und jetzt hier sehen Sie es mal, wie hoch vor allem auch hier, ja, diese Noppenstruktur gelagert ist. Und dadurch liegt es natürlich perfekt in der Hand. Wir gehen jetzt auf 20 Euro runter. Der kostet normalerweise 60 Euro, der Messerblock. Ja, das ist er auch wirklich wert. Wir suchen mal einen günstigen Preis raus. Der ist da ein Drittel reduziert. Von 60 auf 40 Euro. Sechs, fünf Sterne, sehen Sie das? Sechs, fünf Sterne Bewertungen und ein Erfahrungsbericht. Die sagen, alle top. Und was verlangen wir? 20 Euro. Der kostet 60 Euro normal. Das heißt, wir liegen bei einem Drittel. Wir liegen bei einem Drittel dessen, was Sie normalerweise für den Block bezahlen müssten. 20 oder 60 Euro. Wenn Sie ihn günstig dann kaufen wollen, bei den anderen zahlen Sie das Doppelte von dem, was Sie bei uns bezahlen. Ja, das ist absolut mein Favorite, mein Lieblingsmesser. Also gerade halt auch die Großen schauen sich das an. Hier auch so ein kleineres in Sägemesser. Das Chefkochmesser alleine. Das ist der Hammer. Keramik. Nochmal, 60 Euro Messerblock bei uns für 20 Euro. Es ist der absolute Wahnsinn. Wir könnten dran denken, wir sollten Ihnen die für 24 Euro anbieten, unser 24-Stunden-Angebot. Wird es nachher für Sie geben. Wir werden das 24-Stunden-Angebot aber nochmal deutlich im Preis reduzieren. Wir werden Ihnen außerdem in der Stunde die Dauerbackmatten anbieten. Und wir werden in dieser Stunde auch noch für Sie unseren Universaldeckel anbieten. Ja, also das macht halt richtig Freude, auch mit so einem Werkzeug zu arbeiten. Und schauen Sie jetzt da einfach rein. Hier ist alles aufgeräumt. Wo haben Sie denn sonst Ihre Messer liegen? In der Schublade. Ja, dann wundern Sie sich, dass Sie stumpf werden. Das ist Sicherheit. Das ist der Hingucker. Hier ist alles aufgeräumt. Auch mal bei diesem Preis kann man locker zwei bestellen. Einen für die Küche. Und Michael, wir werden jetzt den Preistobo zünden. Das heißt, wir werden weit unter 20 Euro gehen. Ein 60 Euro Messerblock für 15. Denken Sie doch. Preistobo kommt. Doppel die Geschwindigkeit. Für viele geht jetzt die Grillsaison ja erst los. Ich grill das 20 Jahre. Genial. Ich auch. Das auf die Terrasse, ins Gartenhäuschen, in die Ferienwohnung, wo gegrillt wird. Mensch, für diesen Preis, da nimmt man das einfach mal mit, wenn man eingeladen ist. Und ich kann es immer nur sagen, liebe Zuschauer, die Ostertage, stehen vor der Tür. Da kochen wir, da machen wir, da tun wir. Und ich will vernünftiges Besteck. Das sieht ja auch toll aus. An der Ostertafel so ein Messer dahin gelegt. Ja, natürlich. Das ist Profi-Qualität. So, 20 in der Leitung. Ja. Ja, definitiv. Ja. So, liebe Kunden, gleich gibt es die Dauerbackmatten. Gleich gibt es für Sie das 24-Stunden-Angebot. Gleich gibt es für Sie weitere Highlights. Und vorher gibt es die smaragdfarbene Saussiere. Ah, einer meiner Lieben. Die Lieblinge, die smaragdfarbene Saussiere, hervorragend. Natürlich super praktisch, gerade jetzt auch, wenn die Feiertage wieder anstehen. Das ist halt der Vorteil für Suppen, für Soßen. Es dauert auch nicht immer lang, liebe Zuschauer. Dann geht natürlich die Spargelsaison los. Stimmt. Da haben wir eine Soße Hollandaise drin. Und lecker. Nieklar!